Für uns ist das das optimale Feld, um neue, junge, dynamische Kandidaten zu finden. Und da ist der Online-Karriere-Tag natürlich prädestiniert für. Ich habe schon viele Visitenkarten ausgetauscht und bin mir sicher, dass wir mit dem einen oder anderen im Dialog bleiben und da freue ich mich schon drauf. Wir gehen dahin, wo die Leute sind, vier Städten, mittlerweile auch hier 2.000 Leute, das ist phänomenal. Insofern finde ich dieses Angebot wirklich einmalig und richtig gut. Der Besuch lohnt sich.